wir werden die zukunft verändern ich sag's euch wie es ist ich hoffe euch allen geht es gut es ist heute der 28 oktober wir haben seit drei tagen unserem membership gedroppt ich will dieses video machen damit ich euch erzählen kann wie das ganze entstanden ist und warum es eigentlich geht membership wurde glaube ich im juni mai sowas als idee ist entstanden ich wollte das schon paar monate zuvor schon ließen das problem war mit die versandkosten also wenn ihr sagen wir mal der membership jetzt kostet zehn euro monatlich gerechnet also 120 euro zahlt man für ein jahr aber monatlich zahlt man zehn euro alleine die versandkosten kosten mir so viel ok also ich arbeite mit der post zusammen und in österreich sechs euro ok deutschland fast zehn euro nur versagen wir reden gar nicht über produkte wir reden nur für versandkosten und das war der hacken wo mich einfach blockiert hat weil ich ich wollte nicht mehr verlangen ich wollte das für jeden leistbar ist und ich wollte ich will einfach dass jeder ein teil davon ist besser gesagt und ja das hat mich das hat mich gestoppt eine weile denn ich wisst ihr wenn man eine idee hat und der zeitraum sie zu umsetzen ist sehr lang als man plant und die frage ist ob man das umsetzen kann weil es schwer ist trotz dieser hatten mit versandkosten wollte ich das unbedingt machen aber ich wollte nicht mehr verlangen es war normal leute es war noch mal geplant für fünf euro könnt ihr es vorstellen es waren und geplant für fünf euro dass wir den ganzen system abfahrten aber die versandkosten hat mich einfach gestoppt und gesagt ich muss da was anders machen eine andere lösung finden und dann habe ich gesagt dann verlangen wir zehn euro und das war es und genau dann ist das entstanden dann sehr viele stunden habe ich auch verbracht was können wir für ein wert hinlegen aber jetzt moment also jetzt als ein produkt steht ja da und ich stehe 100 prozent dahinter aber ihr wisst gar nicht bis diese bilder bis diese produkte dienstleistungen bis die entstanden sind wie viele stunden ich dahinter verbracht habe was sich dazu hinzufügen kann was jetzt bekommt man ein paket zugeschickt jeden monat socken sind dabei luft der frische fürs autos also luftbomben socken sind dabei luftbomben ist auch dabei fürs auto dann kriegt man dann die anderen benefits und für mich war wichtig dass ihr nicht nur sagt ja ok socken kann ich überall kaufen luft der frische genauso was habe ich anders davon lieber zahl ich spotify oder netflix und ich habe ein entertainment bis zum geht nicht mehr und da habe ich dann auch gesagt ich muss da mehr 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 wert liefern und darum sind wir eigentlich zu die 3840 euro gekommen da ich einfach werte hinlegen will benefits legen will der beste beispiel davon ist der sales also wir werden nie wieder sales haben im public wo wir sagen hey wir droppen keine ahnung sommer sale winter sale halloween sale black friday sale das wollte ich eigentlich nie machen denn ich finde es nicht passend für meine marke und ich habe auch bei sommer sale auch gesagt es wird der letzte sale sein wo wir prozente geben denn es wird komplett was anders kommen und genau jetzt nur diesen members haben quasi die benefit davon dass die nie den vollpreis bezahlen müssen also so ehrlich bin ich auch denn ich will diesen benefit nur diesen members geben denn sie sind sie sind einfach ein teil davon von diesem brand kann ich ehrlich sagen eurl access sowieso eine woche vor public release werden die zugang haben und das geilste daran ist wer vor 30 november ein member wird bekommt einen 13 monat zusätzlich also holiday bonus und die bekommen dann quasi dieses jahr schon ab dezember parkizu geliefert und die ganzen benefits das finde ich auch richtig geil aber wer sagt hey ich habe kein geld ich habe erst geld zum weihnachten aber darum habe ich auch da entschieden dass ich möglichkeiten leute gebe von ersten bis 15 dezember die bekommen dann quasi von jänner bis dezember so war es normal geplant aber ich habe den holiday bonus dazu hinzugefügt und ja wir sind dann bis 15 dezember ist der deadline bis da können sich die leute members werden wenn die plätze noch da sind denn die plätze sind begrenzt und bis dezember 15 dezember können sich die leute members werden bis da ab diesem datum ab 15 dezember wird der membership geschlossen und wird nicht erhältlich sein bis ende 2025 das heißt die members was drinnen sind die werden fix drinnen bleiben und die haben fixe plätze auch für nächstes jahr wenn die erneuern wollen die preise bleiben gleich die 120 euro die werden nicht mehr bezahlen müssen die neuen members was dazu kommen wollen nächstes jahr die müssen mehr bezahlen versteht ihr was ich meine also dieses jahr das ist erstes jahr und darum wollte ich gas geben dass die members viele benefits haben schon am anfang an weil die sind quasi loyal und die sind die true zu bewältigen und darum will ich das so viele vorteile geben so viel wie es geht ich werde schauen dass ich so viele erklärungs video jobber wo einfach die leute eine übersicht haben und die leute wirklich wissen warum es geht und ähm nicht dass sie später sagen ich hab das nicht gewusst sonst hätte ich das wisst ihr das will ich nicht ähm und ich finde es auch toll denn so weit unsere recherchen ähm sind wie einer die ersten brands in fashion industry was wir sowas machen ähm mit membership und mit die vorteile und dies und das und ja ich bin wirklich sehr gespannt ähm wer alles dabei sein wird die plätze sind begrenzt und ähm ja ich finde es wirklich spannend für mich ich habe auch in einem video gesagt das ist für mich kein da da geht es um gar nicht um produkte da geht es um gar nicht um keine ahnung was da geht es um eigentlich irgendwo dazu zu gehören und einfach den jahr 2025 dass da einfach menschen eine freude haben jeden monat diesen paket zu bekommen die ganzen benefits die kollektionen die projekte dann vip event weißt wisst ihr das ist einfach das ist keine ahnung das ist komplett was anderes friends und ich stehe auch 100 prozent dahinter gar alles was ich erwähnt habe in diesem membership ist auch zu sehen ist 100 prozent garantiert darf da stecken auch keine versteckte kosten du musst nur die 120 zahlen und das war's und so kommen wir auch zu die frage warum habe ich bis 15 dezember gemacht denn ich will für jahr 2025 nur auf diesem membership die werte auch leisten können ich will dass alles was versprochen wurde dass ich die einfach zeige dass auch so ist das ist kein scam ist dass ich sagen wir mal ich versprechen ein werk die erwähnt um das ist findet gar kein vip event wisst ihr ich will auf lange sich spielen und nicht auf kurzer sicht und deswegen ich will mich nur auf diesem membership konzentrieren und dann bis ende das dann jedes jahr kommen entweder neue oder vielleicht gibt es keine plätze mehr wisst ihr das das wird richtig coole system sein aber jedes jahr sowas machen werden ich erwähne ganz kurz die ganzen membership friends ich habe hier diese karte diese karte ist wert von 3840 euro das sie ok warum aber ihr zahlt nur 120 euro einmal und ihr seid für ein jahr fix drinnen ihr bekommt monatliches membership im wert von 320 euro glaube ich also bezahlt einmalig weil ich will leute fix drinnen haben damit ich für ganzes jahr noch diese leute mich fokussieren kann damit ich wert leisten ableisten kann ok also als produkt ein paar socken luftbaum für sorten diese zwei dinge bekommt ihr monatlich danach kommen die ganzen vorteile und angebote und url access und sales und rabatte und ihr bekommt eine extra karte wo ihr da jeden monat fixen beitrag als gut haben habt und bei aller bestellungen habt ihr gratis versand friends versteht ihr was ich meine ihr bezahlt 120 euro für ein jahr und ihr habt ihr ich kriegt socken ich kriegt socken ich krieg Luftbaum bloß ich kriegt dann die ganzen vorteile karte ist versand du hältst diesen diesen paket aber sagen wir mal du bestellst eine hoodie wir schicken dir diesen hoodie aber du bist du musst gar kein versand versand versteht also das ist der sinn dahinter dass diese membership einfach ganz anders ist wir werden die zukunft verändern ich sag's euch wie es ist das ist neue gelegenheit das ist die läuft das ist wirklich für die leute die was wie soll ich sagen die wollen kann extra versand bezahlen warum muss ich extra versand warum muss ich den vollpreis bezahlen warum ist warum muss ich meine spotify kündigen die gescheit auf spotify hört ihr lieber paar werbungen an und nehmen das hier und zahlen nur zehn euro im monat aber dafür hast du wert von 320 euro dann haben wir den vip event es sind einfach so viele sachen drinnen dann haben wir die ersten 100 members bekommen ein 101 call mit mir keine ahnung das ist dann mehr wert auf als 320 euro im monat aber ja ähm das ist der game das ist der fucking game ich wollte nur wirklich ein extra video machen wo ich das ganze erkläre ähm denn ich finde vielleicht da draußen wissen noch nicht die leute worum es geht und ich fühle mich auch verantwortlich dass die leute wissen worum es geht ähm denn das ist da geht es nicht nur um äh ich kriege ein paar sogen zugeschüttet und das war's sondern da geht es wirklich um mehr da geht es wirklich um wert ok um wert um begrenzte plätze geht es da auch um weil wisst ihr ist auch ein begrenzte timeline und wenn ihr kein geld jetzt habt oder ihr könnt es nicht leisten nehmt das nicht nehmt das nicht aber nächstes jahr wird teurer ähm lieber kündig spotify netflix oder was ich auch was ihr auch immer habt und nehmt es einmalig 120 euro und ihr seid für nächstes jahr ganzes jahr trennen friends und ihr habt sowieso bis 30 also bis 15. Dezember habt ihr sowieso 48 Tage Zeit wenn ihr jetzt kein geld habt spart das geld bis dahin aber seid unbedingt trennen ich will einfach die zukunft verändern und mit diesen idee mit diesem membership will ich leute menschen beeinflussen was members drinnen sind was shoot to the brand sind einfach belohnen und einfach das geld das geilste draus machen und ja man das ist der point haut rein dankeschön fürs zuschauen wer bis jetzt zugeschaut hat und wir sehen uns bis jetzt seint hier sind dort mit das Vielen Dank.